Zwei Augen und Mut Aliens Na, wenn sie die Ebene abgetragen haben, sind es immer noch fünf Ah, jetzt geht die Sonne auf, hier eh Da ist sie Jetzt können wir auch sehen, was die Brickthorns so in der Nacht geleistet haben Und ja, wenn ich so die Kamera drehe, dann sehe ich die Kante Wenn ich sie so drehe, sind nicht bei ihr sie, glaube ich Ne, also in der Aufnahme sehe ich sie gerade auch nicht die Kante Man könnte meinen, dass es eine gerade Ebene Fläche ist Hm Es ist aber wie gesagt nicht Optische Illusion Von oben sieht man es wiederum gut Aber aus dem richtigen Winkel so sieht man die Kante nicht Woher kommt ihr bitte? Und wo wollt ihr hin? So, und wie gesagt Euch kommandieren wir jetzt wieder da rüber Woher kommt es wiederum gut Achtung! Nein, Böse. Warte, spin. Gong startet die Wandern, ich glaube Gong verzweifelt auch langsam. Warte, warte, warte. Das war's für heute. Ich hab das Gefühl, keiner von denen weiß so richtig, wo er hin möchte. Wir brauchen danach dringend einen Tunnel nach oben. Hinsichtlich ein Dringend Gericht mit meiner Dringend Gericht. Für mich geht das rein, ich bin loszuwerden. Ich bin das vor der Dringend Gericht acuerdo. Ich bin der Dringend Gericht auf den Dringend Gericht. Ich habe mich viele Leute hier zu wachsen. Ich bin der Dringend Gericht auf den Dringend Gericht auf der Dringend Gericht, aber jetzt bin ich schaue Gericht, ich bin das genau zu besuchen für Katastrophe. 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 Aber ja, es sieht schon mal ganz gut aus, was sie hier bis jetzt gemacht haben. Schön eben und so. Dann werden wir mal ein bisschen höher gehen. muss das anzahngucken. Nehmt unser Flachland langsam vorm an. Das wir da haben wollen. Das wir da haben. Das wir da haben. Er hat mal was eingesammelt, was liegen gelassen wurde. Gut gemacht. Calm. Calm eh. Dann wir schon mal unsere nächste Task. Das ist etwas zu hoch. Und wenn wir wieder so bei 5000 Steinen sind, können wir anfangen. Ja, weil das kostet schon die Hälfte von den 5000 dann. Ich meine, wir haben noch nicht mal jetzt genug Steine, um den Bereich zu füllen. So. Und hier sind wir bei der 5 Ebenen runter. Und hier sind wir bei der 5 Ebenen. 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 Und hier haben wir bei der 5 Ebenen. Schade, dass sich die Karte nicht mit updatet. Also die zeigt immer die ursprüngliche Insel an. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin halt froh, wenn wir da hier weiterfüllen können. In die Richtung erstmal. Die kleinen Zipfel da. Kommt, gib mir eine Rakete oder so. Dann spreng ich das Stück hier weg. Oder einen Laser, dass ich es einfach abschneiden kann. Einmal runterlasern. Zip, zip, zip. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020